Was ist digitaler Fitness des Unternehmens? Wir haben uns 44 Unternehmen aus dem Handel angeguckt, also wirklich von Otto über H&M, Sportcheck, Karstadt bis runter zu Penny und Aldi und ProMarkt und Praktika und haben festgestellt, dass die Schlusslichter in diesem Digital Readiness Index Praktika und ProMarkt waren. Der eine ist bereits in die Insolvenz gegangen und der andere ist in der Auflösung bzw. Abwicklung befindlich. Also zunächst mal müssen die Unternehmen eine digitale Strategie entwickeln. Sie müssen einfach wissen, wie werde ich in Zukunft mit diesen Geräten umgehen? Das war mal der sogenannte Third Screen, also der dritte Schirm nach dem Fernseher, nach dem Computerbildschirm, dann dieser Schirm. Dieser Schirm ist aber inzwischen zum First Screen geworden. Den habe ich immer am Mann, trage ich immer bei mir und er beeinflusst das Verhalten des Konsumenten dramatisch. Der Kunde erwartet von Aldi oder Penny keinen super guten Service. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, wo eine hohe Beratung erwartet wird oder notwendig ist und da ist das halt sehr wichtig. Also Saturn ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Die haben sehr spät gemerkt, haben eigentlich das Internet ein bisschen verschlafen, waren 10, 12 Jahre nicht vorhanden, nicht existent. Und dann hat man bei Saturn festgestellt, die Umsätze im Laden gehen zurück. Der Kunde, bevor der heute einen Fernseher kauft, bevor der heute eine neue Kamera kauft, googelt der erst mal, sucht entsprechende Produkte, holt sich Recommendations ein, was wird empfohlen, wie wird es bewertet. Und dann geht man physisch in die Stores. Früher in Köln sagte man, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das heißt, wenn der Chef das nicht versteht und nicht Druck in seiner Organisation macht, dass solche Medien dann auch genutzt werden, proaktiv, dann passiert das halt oft nicht. Viele Unternehmenslenker heute sind in einem Alter, wo man nicht unbedingt digital affin ist, also wo man diese Geräte nicht unbedingt preferred benutzt. Viele der CEOs der DAX-Konzerne sind überhaupt nicht auf Facebook vertreten. Wenn ich denen versuche, Facebook zu erklären, ist das, als würde man dem Blinden die Farben versuchen zu erklären. Neuland steht ja für digitales Neuland. Wir wollen den Unternehmen, den Unternehmern helfen mit unserer Beratung. Wie kann ich die Potenziale da erschließen? A. Bei der Strategie und Vision, also sprich, wie kann ich eine digitale Strategie und Vision entwickeln? B. Wie kann ich dann eine digitale Transformation einleiten, um von diesen neuen Chancen, den Opportunities auch dann zu partizipieren? Und auch die digitalen Kanäle für mich als Absatzkanal, weil zum Schluss geht es ja auch immer, wie können wir verkaufen? Als erstes machen wir eine Impact-Analyse. Was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für dein Unternehmen? Und was erwarten deine Kunden? Wie erlebt mein Kunde mein Unternehmen, wie kommt er mit meinem Unternehmen in Kontakt und wie können wir dann dieses Service Experience verbessern? Ob das dann über das Telefon ist, über die Hotline, ob das über den Web auftritt, über die E-Commerce oder ob das im Shop selber ist oder ob ich eine Mobile App zur Verfügung stelle, um ihm bei der Beratung zu helfen. Das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass wir den Impact verstehen und wenn wir den verstanden haben, dann daraus ableitende Service-Strategie. Wenn Sie diese Technologien richtig nutzen, richtig einsetzen, sparen wir massiv Kosten. Also es geht um Profitabilität. Unternehmen, die digital fit sind, haben eine höhere Marktkapitalisierung an der Börse. Das heißt, das ist immer ein Thema, was auch direkt wichtig und relevant sein sollte für den CEO, für den Vorstandsvorsitzenden oder den Geschäftsführer des Unternehmens. Und ich glaube, da wissen wir heute noch gar nicht, wo die Reise da enden wird. Und ich glaube, das ist immer noch gar nicht, wo die Reise da enden wird.